Lass uns mit Ehrenbruder Coin-Konzept rein starten, Alter. Ich fände es sehr, sehr wild, wenn kein Konzept ein Casino aufmachen würde, was Coin-Konzept heißen würde. Würde ich natürlich fühlen. Rein in die Masse, let's go. Wollte nur mal Danke sagen. Wo bleiben meine Donation, Alter? Ah ja, Digga, wo bleiben deine Donation für das Spenden? Ach, komm, scheiß drauf. Mein heutiges Danke geht an Monte. Hier, Leute, das ist doch ein geiler Kuchen. Alter, das ist so dumm. Also es wirkt wirklich schon, als hätte er den Absicht so gehalten, Rizzo, wirklich. Halte mal. So? Lerne die Wut zu überwinden. Vergiss es. Nein! So dumm kann man ja auch wirklich eigentlich nicht sein, oder? Oh, Kevin, nee, Digga. Kevin lacht da einfach nur über dicke Leute, oder was? Ich liebe es, wenn Menschen ins Verderben sieht. Also wenn Menschen, also wenn... Also verstehst du, was ich meine? Nein. Nein. Mache momentan für viele deutsche Streamer-Feiern-Arzt, würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Oh Mann, Antonia, wie kann man so lost sein in Great World werden, oder? England darf gar nicht mitspielen bei der Europameisterschaft, weil sie aus der EU ausgetreten sind. Ah, stimmt, ja, ja, ist ja immer so, dass wenn man halt aus der EU aus tritt, dann ist man automatisch aus Europa auch raus. Ja, also man gehört dann auch nicht mehr zum Kontinent tatsächlich, das ist so ein Ding, ja. Ja, so ist das, genau, genau, so ist das, ja. Wissen viele nicht, UK gehörte sicher zu Südafrika. Schwieriger Kontinent, Kevin. Wenn Carsten jetzt rangeht, okay? Wenn er jetzt rangeht, dann mache ich im August ein 12-Stunden-Stream. Okay, und wahrscheinlich wird Carsten rangehen. Er wird nicht rangehen, unmöglich. Er wird nicht rangehen. Wie heißt sie nochmal, sie wurde ja letztens von Philipp Amthor begrüßt und wie heißt er, das ist gar kein Disrespect, aber ich verfolge Streaming jetzt nicht so krass. Revet heißt sie, okay. Revet. Kuss, kuss, kuss. Revet. Kann man das Deutsch aussprechen? Revet. Revet. Wird sie wirklich raved ausgesprochen? Okay. Das wäre übergeil, wenn sie das jetzt als Sub-Aloid machen würden. Revet. Digga. Wie kann man so unfähig sein, Alter? What the fuck, Mann? Ihr müsst euch vorstellen, dieser Typ will sich ein Kondom anziehen, bevor er mit euch schläft. Der hat erstmal 20 Fehlversuche. Ups, falschrum. Ups, ist gerissen. Ups, hab angefasst. Ups, Finger durch. Ups, 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 ups. Ups, 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 ups. Alter, Junge, da werde ich aber gerade ein bisschen geiler davon. Alter, ich stelle euch vor, das ist euer Steifach. Ach, egal. Einen Moment. Alter, Kevin, krass. First try. 60% aller Professuren des Landes sind von Frauen besetzt. Digga, was? Küche star, Digga. WANT YOU TAKE ME TOO Ach Kevin, man Oh, oh Fikus dies Digga, die Runde war so witzig gerade, man Jaja, hau dich so gut Ich hab mit Jill Partyluftschlangen, das ist genau dasselbe wie Kuchen Das ist witzig Digga, Max Gut Einen schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid Ey, ich spür Knossi ist wirklich so Bro, Jens ist manchmal Der Beweis dafür, dass man im Körper einfach nicht Alles antun kann, dass es auch irgendwo Grenzen hat Warte, kurz Sekunde Ich bin gleich, fertig Ah, mir gehts gut Ey, da stimmt aber wirklich gar nichts mehr bei ihm, alter Holy shit, man Holy fucking shit Was, was ist das jetzt hier erstmal schon wieder Vom Problemschüler zum TopStreamer Ich war kein Problemschüler WTF, wie ist das jetzt schon wieder recherchiert Ein paar Sekunden später Und meldet sich zwei Jahre lang überhaupt nicht Das stimmt Nicht als Einziger am ganzen Jahrgang muss er deshalb ein Stickerheft führen Ja, das war sogar Stärnchen-Sticker Alter, what the fuck Warum weiß der das alles Wieder steigert das sein Selbstbewusstsein Wie hat der das alles WTF Also doch Problemschüler Der muss sich ja wahnsinnig viele Streams reingezogen haben Das wirst du gefühlt auch nicht mal die Mods alles Wirst du das jetzt schon wieder recherchiert Danni, gehts dir gut Nein, ich bin schingelt Wer alt ist, Natalie? Sie ist schon volljährig, oder? Ach so, okay Ja, nein, ich will nichts Ich frag einfach nur wegen Wie ein normaler Mensch Ja, Danny Ja, Danny Sascha schaut ganz entspannt hungriges Konzept Und zieht seine Traumfrau Hä? Wo sind Ich muss einfach immer wieder sagen In solchen Momenten Wir waren gestern Nee, wir waren die erste Nacht In Florenz Haben für ein Hotelzimmer Wie viel haben wir gezahlt? 150 Euro gezahlt 170 Euro Brutales Zimmer, Digga Palast Fünf Meter hohe Decken Es war schön Die Badewanne hat geleuchtet, Digga Es war gut Es hat gut angefangen alles, Digga Dann fahren wir nach Santa Margherita Das ist bei Portofino Da war ich schon mal, okay Ihr habt ihr das Story gesehen Übelstes Gerb-Hotel 300 Euro die Nacht Schmutz, Digga Okay Jetzt dachten wir uns Weil wir wussten nicht, wo wir hinfahren Wir haben gestern drei Stunden lang gesucht, Digga Nach dem f***ten Hotel In ganz Italien, Digga Im ganzen Land Wir haben nichts gefunden Jetzt dachten wir uns Wir haben ein Fünf-Sterne-Hotel gefunden In San Remo, Digga Und das ist, was wir bekommen haben Ich kann's nicht fassen Ich sag's ehrlich Was ist das, Digga? Zeig mal die Nachtkasten, bitte einmal Hier ist halt einfach eine Schublade, Digga Die ist rausgerissen oder so Ich glaub, das gehört zu mich, Digga Sau chillig, Mann Da mal eine wegknattern, oder? Ich will den Kühlschrank brauchen Okay Die Betten einfach Einfach legit, Mann Die Tapete F***ing lit, Dude Es ist einfach traurig 400 Euro Und dann stellen die mir hier Drei Trauben hin, weißt du? Was für eine Scheiße, Alter Ich würde das irgendwas besser machen, Digga Die verschimmelte Clementine hier Rechts daneben, Junge Doch Hä? Ich vergesse dich nicht In mein Glas Oh, wie schön das kriegt ihr! Was? Wieder mal kein Konzept Videos, die keiner check check Alter Die Klicks, ich mach Memes für die Kids Ich stecke so viel Arbeit in die Videos Sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst Meine Clips sind